Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem Infovideo heute am wunderschönen Montag, wo ich frei hatte. Wobei frei kann man nicht so sagen, ich stand stundenlang beim Amt wegen meinem neuen Perso. Äh, hab mich ein bisschen angekotzt, aber egal. Äh, heute möchte ich euch einige Infos geben, denn ich habe äh, letzte Woche klammheimlich einen neuen Kanal erstellt. Wir haben bei COC aufgeräumt und heute kommt Fallout 4 um 18 Uhr. Aber das hier sind nur kleine Details jetzt. Äh, ich fange an mit COC, heute mit der Info. Und zwar, wir haben einen neuen Clan erstellt, weil wir festgestellt haben, dass viele im alten Clan inaktiv waren. Und deswegen lade ich euch herzlich dazu ein, in den Clan beizutreten. Wie ihr seht, sieht alles ein bisschen anders aus, wir sind wieder Level 1, aber dafür sind nicht mehr so viele Inaktive dabei. So, äh, der Clan heißt Zero OneUp. Ihr seid frei beizutreten, ihr solltet nur eins wissen, ihr solltet was in die Bewerbung reinschreiben, sodass ich weiß, dass ihr ein Zuschauer seid. Weil es kommt immer mal wieder vor, dass irgendwelche Random Guys da beitreten wollen und die möchte ich ja nicht dabei haben. Ich möchte euch dabei haben. Da seht ihr auch noch das Clarenkürzel, falls ihr es über den Clarenkürzel eingeben wollt. Aber ich empfehle euch einfach, beim Clans suchen, einfach hier rauf zu gehen und dann einfach mal Zero OneUp einzutippen und dann zu suchen. Da werdet ihr zwei Clans finden. Der eine ist mit ganz vielen Inaktiven und den anderen, den haben wir jetzt zusammen gebastelt. Das ist dieser, der untere, der mit dem Flammenzeichen. Die Flamme des Zero. So, äh, weiter geht's zur nächsten Invo. Ich habe nämlich letzte Woche einen Claren erstellt. Dafür muss ich jetzt erstmal den Scheiß hier schließen. So, jetzt haben wir's geschlossen. Ich habe letzte Woche einen neuen Channel erstellt. Das liegt daran, dass ich jetzt in nächster Zeit höchstwahrscheinlich ein bisschen öfter streamen werde und ich weiß nicht, viele von euch können unter der Woche dabei sein. Deswegen seht ihr hier rechts, äh, Zero LiveUp heißt der Channel. Da kann man jetzt draufklicken. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder ob mein fetter Kopf im Weg war. Kleinen Moment, wir gehen mal zurück. Ja, mein Gott, vor allem Weg. So. Hier findet ihr ihn. Weil, ihr schaut auch hier vorbei. Findet ihr ihn hier. Und, äh, ich werde ihn euch natürlich auch noch gleich unten in der Beschreibung verlinken. Und natürlich findet ihr ihn da oben. Jetzt wird das eingeblendet. Da könnt ihr auch draufklicken. Und dann landet ihr auch auf dem Kanal. Auf diesem Kanal, der noch nicht designt ist, der habe ich jetzt einfach nur provisorisch erstellt, ähm, werden alle Live-Let's Plays, beziehungsweise alle Live-Streams vorhanden sein, alle Spiele vorhanden sein. Ich werde nicht die Live-Streams am Stück raushauen. Ich werde die Spiele rauspicken, die wir in den Live-Streams gespielt haben. Und da werde ich sie dann hochladen. Es wird noch ein Design folgen. Es wird noch ein kleines Bildchen folgen. Und, äh, hast du nicht gesehen. Also, es ist noch nicht fertig. Ihr seht schon, ich habe, äh, vier, äh, Spiele reingehauen. Und, ähm, ja, ich würde sagen, äh, geht mal rauf, abonniert, falls ihr wirklich nicht immer die Zeit habt, beim Live-Stream dabei zu sein. Und aber dennoch, äh, gerne die Live-Streams sehen wollt. Einfach draufklicken, abonnieren und euch einen Keks freuen. So, äh, das dazu. Heute kommt übrigens auch, äh, Fallout 4 erst um 18 Uhr, denn ich nehme es gleich erst auf. Äh, ich wollte nämlich Assassin's Creed vorher bringen. Das ist jetzt genau 16 Uhr. Jetzt kommt Assassin's Creed raus. Und, äh, das haben wir jetzt seit Tagen nicht mehr gespielt. Einfach nur, weil es, es gab richtig viele Probleme. Ich habe es auch, glaube ich, noch mal in Assassin's Creed erklärt. Und zwar habe ich ja mal PC neu aufgesetzt. Und, äh, da gab es Probleme mit meiner SSD. Ich musste, glaube ich, Windows 10 mal neu installieren, um die ganzen Probleme zu beheben. Ich musste halt, äh, Festplatten löschen, formatieren, hier und da. Das Problem war halt, dass ich mein SSD und mit meiner, äh, 3TB-Festplatte ein Raid eingegangen bin, der aus Versehen war. Schlussendlich, äh, war irgendwie die Trennung nicht so leicht. Äh, ich habe sie aber voneinander getrennt. Ich habe quasi die Liebe zwischen zwei Geräten zerstört. Ich weiß, ich bin ein Arschloch, aber es musste sein, sonst hätte ich keine Displays aufnehmen können. So, das dazu. Dann gab es halt Probleme mit Open Broadcast und meinem Aufnahmeprogramm. Also nicht mein Aufnahmeprogramm, sondern mein, mein Grab-Programm, mein, mein Elgato HD Pro. Ähm, ich weiß nicht warum, aber die waren nicht so wirklich kompatibel. Äh, Open Broadcast ist immer wieder ausgefallen. Äh, ich konnte das jetzt nur in dermaßen beheben, dass ich den Game-Ready-Treiber von NVIDIA installiert habe. Fragt mich nicht, wieso. Es hat aber dann funktioniert. Und, äh, aber das hat halt furchtbar, furchtbar geleckt bei Assassin's Creed. Also, habe ich entschlossen, Assassin's Creed auf 60 FPS aufzunehmen, obwohl nur 30 FPS in dem Spiel drinnen sind. Ich weiß, nehme ich es auf 60 FPS auf. Das heißt, wundert euch nicht, dass sämtliche Spiele jetzt auf 60 FPS sind, auch wenn da keine 60 FPS, äh, drinnen sind, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, der Zero macht nur scheiße. Sondern, es ist alles gewollt. Okay, äh, zum Schluss, äh, eine kleine Sache zwischen uns, du Zuschauer und mir. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr doch mal gerne den Tau abonnieren, meine lieben LP-Kollegen. Denn ihr seht ja, wir haben schon 51 Folgen Borderlands aufgenommen. Der Kollege hat's drauf. Er hat mich noch nicht enttäuscht, wie die anderen Pisser schon. Aber, ich hab ja schon so viele gehabt. Ich hab schon mit so vielen, hab ich versucht, einen Let's Play aufzunehmen. Kriegst du nicht hin. Viele haben's einfach nicht drauf, irgendwie einmal in der Woche aufzunehmen. Und, äh, mit Tau hat's funktioniert. Also, äh, hier oben findet ihr seinen Kanal. Unten in der Beschreibung findet ihr auch seinen Kanal. Einfach abonnieren, wenn euch gefällt, was er tut. Ansonsten war's das für heute mit der Info. Äh, ich hab mir natürlich noch ein paar Spiele, genau. Ich hab mir ein paar Spiele rausgesucht für den Stream. Und zwar, äh, ich hab mir jetzt Call of Duty Black Ops gekauft. Äh, einfach nur, um mit meinen Arbeitskollegen zu spielen. Da würde ich gerne die Story mit euch gemeinsam spielen. Ich habe, äh, noch diverse andere Spiele, die ich gerne im Stream spielen möchte. Das Problem ist einfach nur, dass, ähm, ich einfach keine Zeit für dieses Spiele habe. Ich habe vier Projekte. Ein Projekt ist jetzt immer ein LP, äh, LPT-Projekt mit Tau. Es sei denn, ihr abonniert ihn nicht und er ist traurig. Dann hört er irgendwann auf. Das will ich ja nicht. Ähm, äh, oder, äh, das andere ist Fallout 4. Das wird bestimmt noch ein Jahr laufen. Dann haben wir Assassin's Creed. Das heißt, ich hab nur noch die 16 Uhr Schicht, um irgendwie, äh, verschiedene Projekte zu bringen. Äh, deswegen hab ich mir gedacht, komm, haust du ein paar Projekte einfach in den Livestream. Und wir spielen ein paar Spiele zusammen. Höchstwahrscheinlich werden das sehr spontane Livestreams sein. Und deswegen könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren, den ich euch gezeigt habe. Und damit würde ich sagen, was das wirklich heute mit der Info, äh, genießt den Montag. Ich hab ihn genossen, weil ich frei habe. Gut. Haut rein. Euer Christian.